Ja, was für ein Start hier von 7.80, der schießt da für mich aus, da hat man raus, von dem Vorgehen jetzt, der knapp dahinter ist, redet jetzt auf, zweiter Punkt, das Vorgehen jetzt und der zweite Punkt, der angekommen, der von Jutlipi, das sind ganz gute Hinbahnen aus, und der in ihre Position auf, 70,1, und wir nehmen es hier, der von Jutlipi, 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 der von Jutlipi und Jutlipi, und jetzt nimmt der von Jutlipi sogar noch vater und low, die von Jutlipi , Wauw!